So, wir sind wieder hier in den Katakomben auf ins dritte Level. Mal gucken, was uns dann hier erwartet. Auch hier sind wieder jede Menge verschlossene Türen. Okay, den habe ich jetzt so schnell nicht hingekriegt. Dann gehen wir über den offenen Bereich erstmal ein Amethyst. Okay. So, hier ist ein offener Bereich. Der ist auch jetzt. So, wo gehen wir lang? Ich würde sagen, wir gehen mal da rein. Okay. Wie sieht es denn mit unserem Charakter aus? Der macht hier voll die Türen auf. Okay. Okay. Um. Geh mal, one more. Okay. 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 Oh. Ich bin so, dass ich da bin. Oh, ich bin so, dass ich da bin. Ja, ich bin. Mein Gott. Dann würde ich sagen, gehen wir erst hier lang. Okay, da ist nichts. Dann gucken wir mal, was uns hinter der nächsten verschlossenen Tür erwartet. Da kommt irgendwo ein Bull. Ich hasse die Tür mit Fernwürfen. Schriftrotten des Stahlportals. Das ist gut. So. Und die nächste verschlossene Tür. So. Komm raus. Komm raus. Ich bin überladen. Boah. Schon wieder überladen. Ich kann nicht noch mehr tragen. Ja. Ja. Dann, äh... Einmal das. Hallo. Hallo. Schön, euch zu sehen. Und wieso habe ich denn Pfeile mit aufgenommen? So. 21. Verteidigung. Kälte. Widerstand. Feuer. Widerstand. Aber. Uninteressant. Der Gürtel. Der Gürtel. Äh... Interessant. Von dem habe ich mehr als genug. Das ist auch alles okay. Das ist alles okay. Reparieren. Und dann gucken wir auch mal, was wir da unten haben liegen lassen. So. Ein Knurrenstab. Ich bin überladen. Ja, ich weiß. Schwach, 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 schwach. Zack. Leichter Heiltrank. Okay. Ähm. Level 17 sind wir jetzt. Für das Konzentrieren und Sprungangriff brauchen wir Level 18. Okay. Okay. Dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Das ist ja es. kaik. Vocêen hat dern. ... war. Mitden wir malversilmen. Är denn da? Ja. O, Marcel! Ein Heiltrank, oh, 200 Punkte macht der. Das ist nicht schlecht. Okay, das ging jetzt aber sehr heftig schnell. So, von hier kommen wir, und dann gehen wir hier rum weiter. Da ist nix. Hier ist auch nix. Das ist nix. Das ist nix. Dann gehen wir, hey. Jetzt geht's. Okay. Gott. Ich kann nicht noch mehr tragen. Den Teterubin haben wir schon mal den leichten Heiltrank nehmen wir uns mal und machen mal. Achso, den hat er da. So, blub, 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 blub. So. Die Pfeile bruchen wir nicht. Schwere Stiefel. Gold. So. Und dann. Zack. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Also langsam könnte man dazu übergehen, dass man halt keine magischen Gegenstände mehr sammelt. Weil... Ah, hier die... Ohohohohoho. Das wäre interessant für eine Zauberin. Zack. Ähm. Ne, Moment. Hier, warte ich jetzt mal gucken. Das ist alles uninteressant. Ähm. Oh, also mittlerweile kann ich ja wirklich sagen... Wäre es wirklich interessant nur noch äh... gelbe Items zu sammeln. Ich bin überladen. Die langen Bogen lasse ich auch hier, weil die ist interessant. Die Armbrust, weiß ich nicht, kann ich eh nicht nutzen. So. Schwach, 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 schwach. Weiter im Text. Wie lange hätte ich meinen Wie lange macht das vielleicht dann nicht geworrow. Wie war ich nicht? Getscon! Wie lange hätte ich 10er Mascher sein müssen. Auf jeden Fall謝謝. Warte, auf jeden Fall. Warte, perish,, mit meine Geist und weg. Oh Oh This one was here So, dann würde ich sagen, grasen wir mal das hier ab. Ne, mach mal erst hier unten. Ich denke mir hier unten wird es weniger sein. Ok, da ist der Raum zu. Da ist nichts weiter. Ok, da geht es dann runter in Level 4. Noch ein Level? Ok, da geht es dann runter in Level 4. Ok. Ok. Ok, da geht es dann runter. Die wollte ich nicht. Ok, da geht es dann runter. 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 Das war's für heute. was haben wir hier, was haben wir hier, was haben wir hier, hier haben wir nichts, gut dann gehen wir hier, wieder hoch da waren wir drinnen und dann haben wir nur noch hier einen Bereich da haben wir wieder irgendwas aufgesammelt, was wir nicht brauchen und dann haben wir es endlich geschafft hoffe ich zumindest so, jetzt gucken da hoch da 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 in solchen räumen ist meistens keiner drin und dann haben wir die Katakomben Level 3 auch aufgeräumt und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt, herzlich willkommen bei Diablo 3, ciao! da 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 Vielen Dank.